Leute, was läuft? Wir sind jetzt hier im Jahr 2041, gucken direkt mal den Ballon d'Or-Sieger an. Wer wird im Jahr 2041 Ballon d'Or-Sieger? Ja, Real Madrid hat den Ballon d'Or-Sieger, sieht sehr stark nach einem Region aus. Ja gut, es gibt jetzt auch nicht mehr so viele Spieler, gibt es überhaupt jetzt noch einen Spieler, der am Start ist. Wir sehen einfach den Son Region hier bei Real Madrid mit einer 90er Gesamtstärke. Der ist auch schon 28 Jahre hier alt. Wir sehen zum Beispiel Juke Bellingham, 38 Jahre alt, beendet aber jetzt auch seine Karriere. Genauso wie dieses Top-Talent, Ravenberg, 39 Jahre alt, beenden alle ihre Saison, Guardiol. Und Erling Haaland ist sogar noch da mit 41 Jahren und einer 81er Gesamtstärke. Okay, sowas sehe ich echt zum ersten Mal, hätte ich nicht gedacht, mit 41 spielt er hier einfach noch. Mbappé spielt aber nicht mehr, aber wir können uns ja natürlich sein Regen jetzt hier angucken. Und ich denke, hier haben wir ihn gefunden, 20 Jahre alt, spielt hier einfach mal bei der Hertha 90er Gesamtstärke. Jetzt schon einer der Besten der Welt. Da sehen wir auch das ganze linker Flügel als Zweitposition. Wir werden heute natürlich noch weiter gehen als dieses Jahr und auch ein bisschen zurück und einfach gucken, was so in der Zeit passiert ist nach 2035. Wir sehen einfach in der Bundesliga ist Mainz 05 Tabellenführer. Und Bayern München ist bitte wo? Die sind einfach auf dem elften Platz. Was ist da denn passiert? Okay, Bundesliga Gladbach auf dem letzten Platz. Hier passieren wirklich sehr verrückte Sachen. Der Regen von Lionel Messi ist hier auch schon 32 Jahre alt, ist aber ohne Verein. Und den Regen von CR7, wo auch was ganz Cooles passiert ist, zeige ich euch gleich. Lasst da vorne noch einen Daumen nach oben da, schaffen wir hier die 1111 Likes für dieses Video. Das wird hier noch richtig spannend. Wir gucken einfach mal durch die Jahre durch. Natürlich auf Champions League Sieger, wie es weiter in der Bundesliga geht und so. Deswegen dranbleiben und falls ihr es noch nicht gemacht habt, abonnieren und die Glocke aktivieren. Jetzt gucken wir uns kurz nochmal den CR7 Regen an, der hier einfach wieder bei Manchester United spielt. Das passt natürlich perfekt. Auch hier schon 33 Jahre alt. Aber uns erwarten natürlich noch weitere Überraschungen. Face Game geht aus und wir legen jetzt so richtig los. Wir sind jetzt hier am Ende der Saison 2042. Wir gucken direkt mal rein. Aber gut, Englische Vierte Liga ist, denke ich, nicht so interessant. Europa League sehen wir, dass Empoli das ganze Ding hier gewinnt, Leeds United im Finale. Champions League schauen wir auch direkt mal rein. Da sehen wir Liverpool und Inter Mailand. Liverpool kann das ganze Ding hier für sich entscheiden. Aber so die Mega-Überraschungen sind jetzt, würde ich sagen, nicht hier. Gucken wir mal in den Superpokal. Welche Teams haben Champions League und Europa League geholt? Ja, ich glaube, Liverpool hat davor auch die Champions League geholt. Okay, Liverpool extrem dominant, gucken wir uns gleich an. Inter Mailand aber da mit dem Titel Weltmeisterschaft. Da müssen wir natürlich auch gleich reingucken. Das wird ja mal extrem spannend. Es gibt einfach so viel zu erforschen, so viel zu erkunden jetzt hier im Jahr 2042. Wir gucken erst mal in die englische Liga hier rein. Da sehen wir Manchester United. Frankfurt aber ganz oben mit dabei. West Bromwich, normalerweise glaube ich auch nicht so auf dem achten Platz oder so unterwegs. Wir gucken mal, ist Paris immer noch die dominante Mannschaft in Frankreich? Sind sie aber nicht. Nizza, ja gut, punktgleich. Aber natürlich, sie sind hier nicht Meister geworden. Dominant sind sie dann nicht unbedingt. Italienische Liga gucken wir kurz rein. Neapel ist da ganz vorne. Wir schauen natürlich in die deutschen Ligen. In der dritten Liga fangen wir an. Dortmund und Freiburg könnten hier aufsteigen. Beziehungsweise Dortmund wird. Dortmund 2 und Freiburg könnte. Wir sehen Viktoria Berlin. Momentan hier der schlechteste deutsche Verein. Der KSC hier in der dritten Liga auf dem zehnten Platz. Schauen wir direkt hier in die zweite Liga rein. Augsburg und Köln steigen wieder auf. Sonst würde ich aber sagen, es ist keine mega krasse Mannschaft hier aus der ersten Liga, die hier abgestiegen ist. Schauen wir in die Bundesliga rein. Wie ist das Ganze da ausgegangen? Bayern ist Meister. Werder Bremen da mittlerweile auf dem vierten Platz. Das ist natürlich eine extrem coole Sache. Wie haben die sich entwickelt? Wir sehen ja auch, direkt Schalke wird auch in der ersten Liga wieder spielen. Und auch Hamburg. Also ich würde sagen, das ist schon mal die heftigste Überraschung. Hertha BSC. Da ist es ja meistens so im Karrieremodus, dass die da ganz gut am Start sind. Dortmund hier Zweiter. Das ist auch nichts Besonderes. Schalke sehen wir hier Mittelfeld. Hamburg steigt auch nicht ab. 14. Platz. Gladbach steigt aber tatsächlich einfach ab. Mit 21 Punkten. Also ich würde sagen, Bundesliga extrem spannend hier. Verfolgen wir das einfach weiter. Ein paar Teams müssen wir uns natürlich jetzt hier angucken. Wir fangen an mit Werder Bremen. Machen wir hier einfach mal die Stürmer. Da sehen wir, die haben einen 84er Stürmer. Das sieht natürlich extrem gut hier aus. Ein 80er sind noch mit dabei. Ein 85er Innenverteidiger. Also, ja, Werder Bremen hier richtig gut dabei. 83er Keeper. Aber ich denke, noch interessanter ist, was mit Gladbach da passiert ist. Letzter Platz in der Bundesliga. Wir sehen hier die Stürmer. Hier sehen wir das Mittelfeld. Und das ist schon, ja, relativ dünn besetzt. Aber jetzt auch nicht komplett schlecht. Verteidigung gucken wir uns hier an. Da sehen wir keinen einzigen, der die 80er Gesamtstärke hat. Daran liegt es wahrscheinlich so ein bisschen. Und auch am Torwart. Da ist auch nur ein 80er da. Nächste Saison. Dezember 2042. Wir gucken uns natürlich wieder den Ballon-Dor-Sieger hier an. Da sehen wir, das geht an einen Spieler von Chelsea. Wir können natürlich überhaupt nicht erkennen, wer es ist. Wir werden es aber jetzt natürlich rausfinden. Ja, und das ist schnell herausgefunden. Und wir sehen einen Stürmer 93er. Das muss der Lewandowski-Region sein. Die Regions haben ja oft noch einen Stärkepunkt dazu irgendwann. Ja, und Lewandowski natürlich hier extrem stark. Aber auch hier schon 32 Jahre alt. Was passiert eigentlich so in den Champions-League-Gruppen? Gibt es da überhaupt Überraschungsmannschaften? Wir sehen natürlich Empoli da in einer Gruppe. Die sind leider nicht weitergekommen. Wir haben ja auch in die besten Ligen schon reingeschaut. Also so wirklich extrem krasse Überraschung. Außer natürlich Werder Bremen. Ich wollte gerade sagen, extrem krasse Überraschungen gibt es hier nicht. Aber ja, Werder Bremen hier in der Champions League weitergekommen. Das erinnert mich natürlich an alte Zeiten. Die sind einfach jetzt hier im Achtelfinale der Champions League. Bin sehr gespannt da später auf den Gegner. Sonst würde ich sagen, Nizza natürlich vielleicht noch so ein bisschen. Aber sonst gibt es jetzt nicht die mega krassen Überraschungen. Aber Werder Bremen, deutscher Verein, der in der zweiten Liga startet. Jetzt hier der Champions League spielt. Die müssen wir natürlich ganz aktiv verfolgen. Wir schauen uns auch mal das Team of the Year an. Obwohl wir da wahrscheinlich keinen einzigen an dem Namen erkennen werden. Kleine Sache noch vorher. Während wir hier im Pokal gegen Liverpool spielen. Da können wir ja direkt mal reingehen. Aber wir sehen ja nicht die Gesamtstärken. Deswegen so extrem interessant ist es hier auch nicht. Wir haben ja bis mittlerweile 2043 hier simuliert. Ich habe auch in einem älteren Save hier so ein bisschen angefangen. Das heißt Spieler wie Mokoko und so weiter sind zum Beispiel nicht dabei. Den kann ich hier also leider nicht angucken. Aber der wird dann auf einer 89 sein, wenn ihr soweit simuliert. Oder maximal dann auf der 90er Gesamtstärke. So, wir wollten uns ja das Team of the Year angucken. Hier sehen wir auch das Ganze. Aber natürlich erkennen wir davon jetzt nicht so viel. Ich werde mir aber mal ein paar Namen rausschreiben. Und dann mal angucken, welche Regions das sind. Wir sehen erstmal hier den Trainer des Jahres, Simeone. Ich weiß nicht, ob er da noch Trainer von Atletico Madrid ist. Hier in der Karriere natürlich schon. Und bevor wir uns die besten Spieler des Jahres hier angucken, wollen wir natürlich auch auf die Transfers blicken. Da sehen wir vielleicht auch ein paar Topspieler. Ja, wir sehen auch erstmal drei Transfers. Über 150 Millionen Chelsea kauft ordentlich ein. Wir gucken uns erstmal den Innenverteidiger hier an. Könnte der Upamecano Region sein. Aber es gibt natürlich mehrere gute Franzosen in der Innenverteidigung. Wir haben hier einen Stürmer. Was labere ich? Warum denn Stürmer? Es ist natürlich ein Torwart. Das ist natürlich Oblak. Ganz klare Sache. Jetzt haben wir hier einen Innenverteidiger. Ja, bei den Franzosen, da sehen wir direkt zwei richtig gute Innenverteidiger. Können wir nicht so perfekt auseinanderhalten. Hier sehen wir den De Bruyne Region, der mittlerweile bei Juventus Turin spielt. Ey, wie viele 150 Millionen Euro Transfers gibt es hier bitte? Ein deutscher Stürmer, 87er Rating, könnte Timo Werner sein. Und es geht immer weiter hier mit den 100 Millionen Euro Transfers. Das ist wahrscheinlich der Mondi Region. Hier sehen wir 85er Keeper. 19 Jahre alt. Das könnte der Donnarumma Region sein. Das ist er sogar mit Sicherheit. Hat Potenzial etwas Besonderes zu werden. Gibt es nicht so viele in Italien. Den werden wir mal ein bisschen genauer verfolgen. Und das ist natürlich krass, Donnarumma Region hier einfach. Das ist wahrscheinlich Verratti. Oder spielt der überhaupt ZM oder spielt der ZM? Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Ja, wir sehen hier noch weitere Transfers. Aber wir wollen uns natürlich noch nicht alle Spieler hier angucken. Wie viele 100 Millionen Euro Transfers waren denn bitte hier? Also ich gehe nochmal ganz kurz durch. Also das ist wirklich extrem krass. Wie viele 100 Millionen Euro Transfers... Es geht immer weiter. Es geht immer weiter. Okay, hier ist dann auch mal Schluss. Hertha holt sich einen Innenverteidiger, 84er Gesamtstärke. Aber ja, die Transfers, die eskalieren hier mal komplett. Und Jon Berlin macht einen 80 Millionen Euro Transfer. Okay, aber wir gucken gleich natürlich noch weiter in Transfers rein. Jetzt erstmal zum Team of the Year. Ja, und das ist irgendwie anscheinend verbuggt oder so. Denn der Torwart ist El Hindi. Aber El Hindi ist ein rechter Flügel. Ihr könnt es vielleicht schon erahnen. Es ist natürlich der Salah Region. Der hier bei Manchester United spielt. Das passt vielleicht nicht so perfekt. Aber kein Plan, warum der jetzt hier als Torwart aufgeführt ist. Vielleicht hat er da so ein bisschen ausgeholfen. Wir sehen hier einen 86er Innenverteidiger. Könnte in die Richtung Marquinhos oder... Ja, Thiago Silva denke ich eher nicht mehr. Aber so Marquinhos oder so sollte das sein. Aber 36 Jahre alt. Na, ich bin mir nicht komplett sicher. Alle Spieler finde ich hier nicht. Aber hier finden wir den Bruno Fernand Schwieger. 29 Jahre hier alt. Spielt bei Paris. Und wir sehen hier erstmal den Robertson. Aber es ist natürlich nicht der normale Robertson als Linksverteidiger. Sondern einfach sein Regent. Der aber einfach genauso heißt. Da hat EA anscheinend hier drei Namen für die schottischen Spieler. Fast für ein komischer Zufall. Und wir sehen hier nochmal einen extrem interessanten Spieler. Ein Japaner mit einer 91er Gesamtstärke. Hier bei Atletico Madrid. Aber wir sind jetzt hier schon zu lange im Januar. Wir gehen jetzt direkt ans Ende der Saison. Und WM bzw. EM habe ich natürlich jetzt verpasst. Aber gleich machen wir noch ein großes Turnier. Bevor wir jetzt zur Europa League und Champions League natürlich kommen. Gucken wir uns erstmal die Ligen hier an. Diesmal gucken wir uns aber nur die Premier League an. Da sehen wir Liverpool ist wieder Meister. Gut, letztes Mal war es ja United. Aber die mega Überraschung sehen wir da jetzt nicht auf der ersten Position. Brighton hier auf dem achten Platz. Wer steigt zum Beispiel ab aus der Premier League? Da ist jetzt kein wirklich heftiges Team mit dabei. Schauen wir direkt auf die schlechteste deutsche Mannschaft, die momentan hier im Spiel ist. Und das ist Kaiserslautern. Aber extrem enge Sache hier. Ganz hinten in der Tabelle. Schauen wir direkt in die zweite Liga rein. Ja, da ist Gladbach wieder aufgestiegen. Es war doch nur ein Ausrutscher hier. Hier seht ihr noch kurz die Absteiger. Aber schauen wir lieber hier in die Bundesliga rein. Wer ist Meister geworden? Bayern oder Dortmund? Dortmund ist Meister geworden. Aber ja, Hertha BSC kommt so langsam ran. Zweiter Platz jetzt hier. Werder leider hier nur auf dem achten Platz. Aber da verfolgen wir natürlich gleich die Champions League. Wer ist hier abgestiegen aus der Bundesliga? Köln und Hoffenheim. Hamburg muss in die Relegation. Sehen wir natürlich nächstes Jahr, ob die es geschafft haben. Schauen wir jetzt aber natürlich in die internationalen Wettbewerbe rein. Wir gucken in die Europa League. Da sehen wir Newcastle United. Hier in der Karriere haben die noch nicht so viel Geld zur Verfügung. Spielen hier gegen Stuttgart im Finale. Gewinnen das ganze Ding. Aber wir gucken jetzt in die Champions League Finale. Sehen wir Liverpool gegen Leicester City. Und Leicester City mit einem neuen Wunder. Die holen sich hier die Champions League. Aber wir wollen natürlich einen deutschen Verein hier verfolgen. Und das ist Werder Bremen. Die sind im Achtelfinale gegen Barcelona. Okay, das sind jetzt so voll die Flashbacks. Damals, wo Ronaldinho noch gegen Werder Bremen in der Champions League gespielt hat. Hier kommen sie einfach im Jahr 2043 weiter. Sind im Viertelfinale. Und gewinnen das ganze Ding. Werder war einfach hier im Halbfinale. Ist da gegen Liverpool rausgeflogen. Aber was ist bitte hier mit Werder Bremen los? Ich glaube, ich hole mir eine Zeitmaschine. Und springe dann einfach zum Jahr 2043. Damit ich da mal wieder guten Fußball von Werder Bremen sehe. Und wir müssen natürlich jetzt nach einem ganz, ganz besonderen Spieler hier suchen. Ich glaube, jetzt bei der Nation sollte jeder Bescheid wissen. Wir suchen jetzt den Regen von Erling Haaland. Und da haben wir ihn auch direkt schon gefunden. Aber nur hier mit einer 84er Gesamtstärke. 18 Jahre alt. Natürlich nicht das allerheftigste Rating, wenn man das Potenzial sich einfach ansieht. Da gibt es Spieler, die so ein bisschen höher gehen dann von den Regens. Aber trotzdem natürlich nicht schlecht. Den können wir hier noch so ein bisschen weiter verfolgen. Aber gut, der wird hier heute vielleicht noch keine extrem große Rolle spielen. Wir schauen mal, wie weit kommt die Hertha mit dem MAP-Regen in der Champions League. Und ich frage mich immer noch, was hier mit diesem Spieler passiert ist. Denn es gibt keinen Japaner, der 91 Potenzial hat. Der beste ist Kubo. Der hat 88 Potenzial, spielt aber auch andere Positionen. Die anderen Regens, die sind natürlich leicht zu erkennen. Der CR7-Regent, der wird hier bald auch seine Karriere beenden. Genauso wie Lionel Messi, der immer noch ein freier Spieler ist. Schauen wir direkt mal, was so ein bisschen die Transfers diese Saison gemacht haben. Sind die wieder komplett ausgerastet? Ja, das sieht schon mal gut aus. 141 Millionen, 123 Millionen. Italienischer Stürmer müsste Immobile sein. Wir schauen uns nicht jeden Spieler hier ausführlich an. Aber ja, hier wechselt ein Spieler für 100 Millionen zu Almeria. Die sind normalerweise ja nicht so extrem gut. Liverpool verstärkt sich auch. Also natürlich interessante Transfers. Aber wir haben gleich noch ein paar interessantere Sachen. Dezember 2043. Ihr wisst Bescheid. Wir gucken uns den Ballon-Tor-Sieger hier an. Das wird dieses Mal ein Spieler von Atletico Madrid. Das rechte Mittelfeld. Ja, genau so ist es. 91er Gesamtstärke. Jetzt nicht nur im Team of the Year, sondern auch der Spieler des Jahres. Also die asiatischen Spieler, die übernehmen hier einfach mal komplett den Ballon-Tor-Preis. Sieht man normalerweise bis zum Jahr 2035 eher sehr, sehr selten. Schauen wir direkt in die Champions League rein. Da verfolgen wir natürlich den deutschen Verein mit dem MAP-Region. Hertha BSC, die wir momentan noch nicht hier sehen. Leverkusen ist aber weitergekommen. Und Hertha ist auch weitergekommen als Gruppenherster mit Newcastle in einer Gruppe. Wir sehen, Dortmund ist hier schon wieder rausgeflogen. Das ist mittlerweile irgendwie eine Europa-League-Mannschaft. Wir sehen aber auch, Manchester United macht den gleichen... Ja gut, was heißt Fehler? Aber wir sehen da auf dem ersten Platz eine Überraschungsmannschaft, die Manchester United hier einfach rausging. Und wir sehen einfach mal... Ja, da habe ich gar nicht drauf geachtet. Wir sehen den SC Freiburg, der hier einfach mal Gruppenherster vor Barcelona wird. Okay, wir haben natürlich jetzt zwei deutsche Vereine, die wir verfolgen. Leverkusen natürlich auch. Mai 2044, wir gehen schon langsam Richtung Ende. Zuallererst, bevor wir uns die Wettbewerbe angucken, müssen wir uns erstmal die beiden deutschen Überraschungsteams da angucken. Hertha BSC ist davon eher noch das Team, was ja nicht die extreme Überraschung ist hier im Karrieremodus. Wir sehen natürlich hier noch den 95er MAP-Region. Hier sehen wir das Mittelfeld, die sind natürlich extrem stark besetzt. Das hier müsste Thomas Müller sein, kann aber genauso Kai Havertz-Region oder Würz-Region sein. Hier gehen wir nochmal ganz kurz die besten Verteidiger durch. Schauen wir uns den Torwart an, das ist natürlich eines der wichtigsten Sachen. Und da sehen wir einen Portugiesen, Maximiliano oder so könnte das sein. Und das könnte natürlich Lunin sein, beziehungsweise mit Sicherheit. Oder ich glaube, da gibt es noch ein anderes gutes Talent. Aber ja, zwei sehr starke Keeper. Wundert also nicht, dass die da ein bisschen übernehmen in der Champions League und in der Bundesliga. Freiburg aber natürlich jetzt hier. Das wäre der Bremen aus der letzten Saison. Gucken wir uns die Mannschaft hier an. Wir sehen hier schon mal die Stürmer. Da haben wir einen 90er Stürmer und das ist sehr wahrscheinlich, ja, der Neymar Region. Einer der Besten der Welt und hier einfach mal bei Freiburg gelandet. Sehr, sehr krasse Sache, krasse Entwicklung auch hier. Gucken wir uns das Mittelfeld hier nochmal an. Das ist ja wirklich sauinteressante Mannschaften. Ich hätte nicht gedacht, dass es so extrem heftige Überraschungen gibt. Meister und so habt ihr ja gesehen, da ist es immer noch so ein bisschen langweilig. Hier sehen wir noch kurz die Verteidigung. Und der Torwart, ja gut, die haben nur einen 82er Keeper. Also so extrem gut ist der Keeper nicht. Hoffen wir aber trotzdem, dass die natürlich weit in der Champions League gekommen sind. Und wir schauen heute, also in diesem Video jetzt nochmal das letzte Mal in die Ligen. Wir können gerne aber noch einen zweiten Teil machen. Ich weiß nicht, ob man jetzt noch weitergehen kann. Weil die EM wollen wir natürlich gleich noch mitnehmen. Wir nehmen jetzt erstmal die italienische Liga mit. Und da sehen wir, würde ich sagen, zwei Überraschungen. Rom wird normalerweise nicht Meister. Und Genua, ja, ist normalerweise auch nicht auf dem zweiten Platz. Und ja, auch die beiden Calcio-Teams, beziehungsweise drei Calcio-Teams. Gut, Bergamo zählt nicht dazu. Aber italienische Liga, würde ich mal sagen, ist komplett durchgewirbelt. Inter Mailand hier nur auf dem neunten Platz. Der AC Mailand hier auf dem achtzehnten Platz. Lazio-Rom auf dem sechzehnten. Okay, italienische Liga wurde einfach mal komplett durchgewürfelt. Extrem interessant. In Frankreich war das Ganze, denke ich, nicht so. Da ist Paris wieder Meister. Schauen wir uns noch die Premier League an. Wer hat das ganze Ding gewonnen? Manchester City. Aber West Ham hätte hier fast die Sensation geschafft. Einfach drei Teams punktgleich an der Spitze. West Ham hier als Meister zu sehen, wäre natürlich ein bisschen interessanter gewesen. Leeds United sehen wir wieder mit oben dabei. Unten jetzt auch keine extrem heftige Überraschung. Arsenal immer noch im Mittelfeld. Newcastle United ein bisschen weiter oben. Gucken wir uns jetzt natürlich die deutschen Ligen an. Welches Team ist das schlechteste jetzt hier in der letzten Saison für heute? Es ist wieder Victoria Berlin. Gucken wir in die zweite Liga. Wer ist da aufgestiegen? Hoffenheim und St. Pauli. Schauen wir uns das Ganze hier weiter an. Wer ist denn hier abgestiegen? Dortmund 2 Braunschweig. Gucken wir jetzt natürlich noch einmal in die Bundesliga. Wir wollen natürlich jetzt so einen richtig heftigen Überraschungssieger sehen. Und wir sehen, ja, die Hertha gewinnt hier die Bundesliga. Freiburg mit dritter Platz. Dortmund hier auf dem zweiten Platz. Hamburg hier auf dem achten Platz. Das würde ich schon sagen, ist richtig gut. Und ja, wir sehen Schalke auf dem elften. Und was ist mit Werder? Die sind richtig abgestürzt. Die sind ja mal komplett abgestürzt. Die sind hier auf dem letzten Platz. Ja, so schnell ging es dann auch in Realität so vom Gefühl her. In der Vorwoche noch Champions League gespielt und danach dann schon abgestiegen. Also verrückte Sachen, was bei Werder passiert. Das Team müssen wir uns jetzt auch nochmal ganz kurz angucken. Wir schauen hier nochmal kurz die Mannschaft durch. Also die haben wahrscheinlich ein paar Leistungsträger hier verloren. Ich denke mal, auf der Torhüterposition werden die da nicht mehr so extrem stark besetzt sein. Da haben sie jetzt einen 83er. Aber gut, ich glaube, hatten sie davor einen besseren. Ich bin gerade so ein bisschen lost. Ich weiß es nicht mehr. Aber gut, sind abgestiegen. Das bringt denen auch nichts. Also komplett verrückte Wendung. Wir sehen hier unten natürlich die Europameisterschaft. Schauen aber jetzt erstmal hier in die Europa League rein. Da sehen wir Leeds United gewinnt das ganze Ding. Wir können ja hier auch mal ein bisschen reinschauen. Da sehen wir Bayern, Manchester United, Dortmund, Chelsea. Also gefühlt ein Champions League Viertelfinale. Hier einfach mal in der Europa League Achtelfinale. Gucken wir auch nochmal ganz kurz rein. Aber schauen wir natürlich lieber jetzt hier in die Champions League. Und da sehen wir, dass Berlin einfach das ganze Ding hier gewinnt gegen Liverpool. Ja, ich würde sagen eine perfekte Saison für die Hertha. Wir schauen nochmal kurz rein, wie ist es bei Freiburg gelaufen. Die sind im Achtelfinale gegen Newcastle United weitergekommen. Sind dann aber leider gegen Liverpool rausgeflogen. Aber trotzdem, natürlich sehr, sehr heftige Leistung von Freiburg. Und natürlich noch heftiger von Berlin. So, wir sind jetzt im Finale. Wir gucken uns zuallerletzt hier nochmal die Europameisterschaft an. Vorschläge, was wir noch uns angucken sollen, gerne in die Kommentare. Wenn es gut ankommt, machen wir einen zweiten Teil. Wir sehen, dass England hier einfach mal Tabellenletzter wird. Hier sehen wir direkt die nächste Gruppe. Deutschland hier zweiter. Portugal raus. Gruppe D gucken wir uns noch an. Und das war natürlich eine Hammergruppe hier. Frankreich und Italien weiter. Rumänien, die erster vor Deutschland geworden sind. Hier gegen Italien rausgeflogen. Spanien und Deutschland setzt sich durch gegen Frankreich. Spanien gegen Schottland. Die Niederlande setzt sich noch gegen Finnland durch. Und wir sehen Deutschland im Finale gegen Italien im Jahr 2044. Und Deutschland gewinnt das ganze Ding. Perfekter Abschluss. Klickt euch jetzt ganz schnell zum nächsten Video. Danke fürs Zuschauen und bis gleich. Bis zum nächsten Mal.